Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Redner der Opposition hier heute abgeliefert hatte, hat mit einer Haushaltsdebatte relativ wenig zu tun. Ja, vielleicht musste man das auch erwarten angesichts des heraufziehenden Wahlkampfs, aber dass Sie sich der Sachauseinandersetzung vollständig entzogen haben, finde ich ehrlich gesagt schon einigermaßen peinlich und unangemessen. Herr Kollege Lindner, wo ist denn der Vorschlag für die Grunderwerbsteuer? Sie schlagen ja vor, die Grunderwerbsteuer abzusenken und um 800 Millionen Euro zu kompensieren. Wo ist denn der Kompensierungsvorschlag für diese 800 Millionen Euro? Können Sie es nicht erwarten? Wir haben von Ihnen keine Entlastungsvorschläge für diesen Haushalt gehört, kein Konzept und keine Vorschläge für die Vision von Nordrhein-Westfalen. Stattdessen das Schlechtreden dieses Landes, das ist die Politik, die Sie hier heute vorgetragen haben. Und Sie haben, Herr Kollege Lindner, Herr Kollege Laschet vorhin sechs Minuten lang darüber schwadroniert, wer wo beim Länderfinanzausgleich gesessen hat. Stattdessen haben Sie aber kein einziges Wort darüber verloren, was Sie denn zum Länderfinanzausgleich sagen. Das ist typisch Laschet, sehr viel Nebel machen, aber kein Signal setzen, wo es mit diesem Land hingehen soll. Und ich sage Ihnen, wir setzen dem ganz konsequent Sachpolitik entgegen. Zum Beispiel bei den Kindertagesstätten. Wir setzen uns für eine moderne Familienpolitik ein, der dafür sorgt, dass die Kinder beste Bildung und beste Betreuung bekommen und dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt wird. Und deswegen haben wir auch die bitternötige Aufholjagd bei EU3 gestartet und von 80.000 Plätzen auf 160.000 Betreuungsplätze die Zahlen verdoppelt. Und wir investieren auch seit 2015 auch das komplette Geld, was aus dem Betreuungsgeld freigeworden ist, 430 Millionen Euro in den Ausbau der Kindertagesstätten. Und wir haben auch den jährlichen Aufwuchs von 1,5 auf 3 Prozent angehoben. Und wir werden in der neuen Legislaturperiode ein umfassendes Konzept zur Neukonzipierung und Finanzierung der Kita-Finanzierung darstellen, was Sie, Herr Kollege Laschet, in Ihrer Amtszeit hinterlassen haben. Klar ist, wir brauchen mehr Erzieherinnen, mehr Plätze und einen deutlichen Akzent auf mehr Qualität in den Kindertagesstätten und noch stärkere Anstrengungen bei der Inklusion. Und das sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich. Wir werden diese Schritte auch den weiteren Beitragsbefreiungen vorziehen. Und wir setzen zunächst mal auf Qualität bei den Kindertagesstätten. Herr Präsident, sechs der zehn größten Hochschulen sind in Nordrhein-Westfalen. Und hier liegt auch ein wichtiger Schwerpunkt für unsere Zukunftspolitik. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft und trotzdem 2,6 Milliarden Euro zusätzlich in die Hochschulen investiert. Das ist ein Aufwuchs von fast 45 Prozent in den letzten sechs Jahren. Und weil Sie dieses Schlusslichtgerede ja angesprochen haben, zitiere ich mal, was der Rektor der Universität Köln als Sprecher für die Universitäten dazu sagt. Die Landesrektorenkonferenz NRW begrüßt die erheblichen finanziellen Anstrengungen des Landes ausdrücklich. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Studierendenzahlen ist die Verstetigung befristeter Programmtitel für die Universitäten in NRW unabdingbar. Die Finanzierungszusagen des Landes ermöglichen eine verlässliche Grundfinanzierung und schaffen so Planungssicherheit bis 2020. Das höchste Lob, was man bekommen kann, hat unsere Hochschulpolitik hier erhalten. Und wir sorgen dafür, dass in Nordrhein-Westfalen so viele junge Menschen wie nie zuvor einen akademischen Abschluss machen können. Und zwar aus allen sozialen Schichten. Fast 28 Prozent der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland sind in Nordrhein-Westfalen eingeschrieben. Das ist mehr als Bayern und Baden-Württemberg zusammen und deutlich mehr, als es unserem Bevölkerungsanteil entspricht. Nordrhein-Westfalen ist Hochschulstandort Nummer eins in Deutschland. Das ist die Wahrheit über unser Bundesland und nicht das Schlechtreden von FDP und CDU, was hier kommt. Und auf Sachpolitik setzen wir auch dort, wo bei der CDU offensichtlich eine schwere Rolle rückwärts sich androht. Nordrhein-Westfalen ist solidarisch und weltoffen. Und deswegen war es auch wichtig, diesem besonderen Geist Nordrhein-Westfalens aufzugreifen und als erstes Bundesland einen Integrationsplan vorzulegen. Und dabei stimmen hier wichtige Faktoren wie Sprachvermittlung, besondere Integrationsmaßnahmen der Schule, besondere Herausforderungen der Jugendhilfe und die Gesundheitsversorgung miteinander ab. Und es ist uns zudem gelungen, die Zahl der Ausbildungsplätze im Altenpflegebereich von unter 10.000 auf über 16.000 nahezu zu verdoppeln. Und wir sorgen dafür, dass Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten jetzt sehr lange und selbstbestimmt leben können. Und auch das ist die Wahrheit über Nordrhein-Westfalen und nicht das Katastrophengeschwätz von CDU und FDP. Und was Herr Lindner und Herr Laschet heute geliefert hat, erinnert mich so ein bisschen an Armin Laschet auf der Rennstrecke. Können Sie sich noch erinnern an Ihren Wahlkampfspot, wo Sie als Nico Rosberg der Landespolitik aufgetreten sind? Wo Sie in einem Ford Mustang sitzen und ganz dynamisch den Schalthebel nach vorne schieben? Eine wahnsinnig starke Geste des Aufbruchs für Nordrhein-Westfalen, Herr Kollege. Aber Sie kennen doch die Automatikschaltung, oder? Wenn man nach vorne schiebt, dann ist das da P. Parken heißt das, der Wagen blockiert. Das ist das, was Sie in Nordrhein-Westfalen machen. Aber egal, bei der CDU fährt das Auto trotzdem los. Nein, meine Damen und Herren, der CDU-Film hat einen groben Regiefehler, aber er zeigt viel Realität. Denn der Schnitzer, der dort zu sehen ist, hat bei der CDU in Nordrhein-Westfalen ein System. Und er hat sogar einen Namen. Bei ihm nennt man das Haushaltspolitik. Und das, was Sie da bieten, Herr Kollege, ist ein Regiefehler nach dem anderen. Es ist bei Ihnen immer das Gleiche. Erst der Spruch, dass Sie unheimlich hochschalten wollen und auch entfesseln wollen. Dann das Verbinden von Populismus und Inkompetenz. Und dann Blockade und Stillstand. Das ist die Methode, nach der bei Ihnen Haushaltspolitik abläuft, Herr Kollege Laschet. Und die schwarz-gelbe Opposition, die sich heute als Sparkommissar hier Sprüche klopft, hat eine miserable eigene Bilanz. Sie sind 2005 mit 6,6 Milliarden Euro Neuverschuldung gestartet. Und nach fünf Jahren sind Sie wieder genau bei 6,6 Milliarden Euro Neuverschuldung gelandet. Abbauergebnis gleich null. Fünf Jahre Stillstand. Dem sollten keine weiteren Jahre hinzugefügt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bei den Kommunalfinanzen haben Sie sogar den Rückwärtsgang eingelegt und total blockiert. Sie verantworten das niedrigste Gemeindefinanzierungsgesetz dieses Jahrtausends. 1,8 Milliarden Euro weniger als 2005. Sie haben die kommunalen Kassen ausbluten lassen. Und das hatte Folgen. 138 Kommunen sind von Ihnen in den Nothausatz getrieben worden. Sie verantworten die Schließung von Schwimmbädern, Sportanlagen und Bibliotheken. Wir sind heute noch dabei, das aufzuräumen, was Sie kaputt gemacht haben. Und dann kam das Sanierungskonzept 2013 bis 2020. Mit 300 Millionen Euro Kürzungen im Schulbereich, 55 Millionen Euro Streichungen bei der Polizei und eine 20-prozentige Kürzung auf alle Förderprogramme, die in diesem Jahr voll durchschlagen sollten. Also 40 Millionen Euro weniger bei der Kultur. Das Problem ist nur, das haben Sie Ihren Fachpolitiker nicht so richtig gesagt. Denn Herr Dr. Sternberg hat noch im letzten Jahr... Denn Herr Dr. Sternberg hat noch im letzten Jahr die Verdopplung des Kulturetats gefordert. Sehr interessant. Von minus 20 Prozent bis plus 100 Prozent ist bei Ihnen alles drin. Frei nach dem Motto. Wir haben alles, nur kein schlüssiges Haushaltskonzept. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Professor Sternberg? Nein, gestatte ich nicht. Bitte schön. Liebe Kollegen, alle anderen Redner konnten durchreden. Ich möchte das jetzt bitte auch. Da bitte ich um Verständnis. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gegen den Ankauf der Steuer-CDs sind Sie Sturm gelaufen. Sie predigten Amnestie für die Steuerhinterziehung. Wir haben jetzt mehrere Milliarden Euro Steuermehreinnahmen, weil wir genau dieses Abkommen mit der Schweiz eben nicht abgeschlossen haben, was Sie wollten. Sondern wir setzen mit diesem Finanzminister auf konsequente Verfolgung der Steuerhinterziehung. Und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kam noch eine Ansage aus der CDU. Hochschalten. Hochschalten bei den Einsparungen im Personalbereich. Zehn Prozent Kürzungen auf alles. Mehr als 40.000 Stellen sollten weg. Aber bitte nicht kürzen bei Polizei, Schule, Justiz und Finanzverwaltung. Dumm nur, dass dann nur noch 11.000 Stellen übrig bleiben. Also 11.000 Stellen kürzen, wo 40.000 gebraucht werden. Jede Stelle viermal einsparen. Das war ein weiterer großer Wurf der Oppositionshaushälter. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu alledem passt leider, leider muss man sagen, sehr gut, die blindwürdigen Personalkürzen aus Ihrer Regierungszeit, die wir zurückgängig machen mussten. Erster Bereich, Straßen NRW. Sie haben 700 Stellen eingespart. Und deswegen war es nicht möglich, die Planungsleistungen 2010 so vorzubereiten, wie es nötig gewesen wäre. Und erst Grüne und SPD mussten dafür sorgen, dass die Stellen bei der Polizei nicht ausbluten. Mit der Erhöhung auf mittlerweile 2.000 Einstellungsermächtigungen haben wir den Personalbestand bei der Polizei seit 2010 sogar erhöht. Hätten wir die Quote von Schwarz-Gelb fortgeschrieben, wären heute nur noch 35.000 Polizisten und Polizisten im Dienst und nicht 40.000, wie es jetzt sind. Herr Kollege Linder, mit anderen Worten, wären Sie heute noch an der Macht, hätten wir 5.000 Polizistinnen und Polizisten weniger. Sie sind das größte Sicherheitsrisiko für Nordrhein-Westfalen. Nein, Herr Kollege, es ist wirklich einfacher, ein Pudding an die Wand zu nageln, als bei der CDU eine Logik in die Haushaltspolitik zu bekommen. Sie reden vom Hochschalten und Entfesseln, und Sie produzieren nur Stillstand und Blockieren. Das ist die Wahrheit über Ihre Haushaltspolitik. Und jetzt, Gott sei Dank rechtzeitig vor der Wahl, produzieren Sie wieder von Fortschritt und produzieren wieder nur unsoziale Politik. Herr Kollege Linder hat es ja offen gesagt, und ich frage auch Sie, Herr Kollege Laschet, planen Sie wirklich die Wiedereinführung der Studiengebühren? Das wäre eine klare Ansage an die 763.000 Studierende in Nordrhein-Westfalen und an ihre Familien. Wenn Schwarz-Gelb kommt im Mai nächsten Jahres, dann wird Studierenden wieder Geld weggenommen. Dann werden die Bildungschancen wieder vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und genau für eine solche Politik wurden sie doch abgebildet. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch nicht wiederkommt. Genau darüber wird am 14. Mai 2017 auch abgestimmt. Und die gleiche unsoziale Politik sehen wir bei den Kita-Gebühren, die Schwarz-Gelb wieder einführen und anheben möchte. Und bei der Abschaffung des Sozialtickets, wie es die FDP diese Woche wieder gefordert hat. Auch da sagen wir den Familien in NRW und den zwei Millionen Menschen, zwei Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, die Anrecht auf ein Sozialticket haben. Wir sorgen dafür, dass Kinder auf 2017 gute Chancen haben von Anfang an. Und wir sorgen dafür, dass Mobilität nicht am Geldbeutel scheitern darf. Doch bei alledem muss die FDP immer noch eins drauflegen. Von Ideologie getrieben wollen sie das Umweltressort schleifen und dort Stellen gleich mehrfach einsparen, den Verbraucherschutz reduzieren und die Stiftung Umwelt und Entwicklung mit ihren vielen wichtigen Impulsen zusammenstreichen. Und der Bundesvorsitzende und noch MDL Christian Lindner von der FDP verspricht auf der Homepage seiner Partei Steuerentlastung von 30 Milliarden Euro. Wie immer liegt im Ganzen kein erkennbares Finanzierungskonzept zugrunde, sodass sich wieder die spannende Frage ergibt, wie die Gegenfinanzierung aussieht. Und wie sich die Belastungen auf die unterschiedlichen Ebenen der öffentlichen Haushalte auswirken. Doch man kann trotzdem schon erahnen, wo der Hase langlaufen soll. Lindner warnt ja, ich zitiere, dass sich Deutschland zur Kleptokratie entwickelt, weil der Staat sich durch die niedrigen Zins und die steigenden Sozialabgaben und die enorm steigenden Staatseinnahmen zulasten der Menschen bereichert. Für mich übersetzt heißt das, Sie halten steigende Sozialausgaben also für eine staatliche Form des Diebstahls. Und das heißt, Sie wollen die versprochenen Steuersenkung der FDP durch Sozialabbau finanzieren. Sie sind wieder ganz bei sich angekommen. Herzlichen Glückwunsch, alte FDP der sozialen Kälte. Rot-Grün betreibt keine Ankündigungspolitik. Im Unterschied zu Ihnen handeln wir. Konsequent und mit langen Atem. Wir haben die Neuverschuldung tatsächlich um 80 Prozent abgesenkt von 6,6 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro. Und wir haben mit Augenmaß konsolidiert und trotzdem die richtigen Schwerpunkte für die Zukunft gesetzt. Wir haben gespart, aber nicht blockiert, sondern gezielt investiert. Kluge Köpfe fördern, jedes Kind mitnehmen, das Klima schützen und damit Arbeitsplätze schaffen, Infrastruktur modernisieren und Kommunen stabilisieren. Das ist der Grundakkord rot-grüner Haushaltspolitik. Die Kommunen sind für uns eine Herzenssache. Von den 138 Kommunen, die Sie in den Nothaushalt getrieben haben, haben wir 129 dort wieder herausgeholt. Direkt nach dem Regierungsantritt 2010 haben wir mit 300 Millionen Euro zusätzlich in dem Nachtragshaushalt eine Soforthilfe bereitgestellt, um das Desaster, das Schwarzgeld angerichtet hat, zumindest abzumildern. Wir haben das Gemeindefinanzierungsgesetz von 7,5 Milliarden Euro auf 10,5 Milliarden Euro heute angehoben. Und den Stärkungspakt, von dem das Land mit 3,6 Milliarden Euro den Löwenanteil trägt, haben wir die Handlungsfähigkeit der Kommunen in unserem Land wiederhergestellt. Wir geben zudem dreistellige Millionenbeträge jährlich dafür, dass die Einheitslasten fair abgerechnet werden und die Kindertagesstättengelder vom Bund nicht im Haushalt versickern. Wir haben die Kommunen strukturell um eine Milliarde Euro besser gestellt, als das bei Ihnen, bei FDP und CDU nach den Raubzügen der Fall gewesen ist. Und jetzt investieren wir 2 Milliarden Euro in das Programm Gute Schule 2020. Und weil Herr Lindner sich eben ja die Freude genommen hat, hier auch wieder Nebel zu werfen, will ich da noch mal aufklären. Wir stellen 2 Milliarden Euro bereit. Und das funktioniert so, dass die Kommunen die Mittel... Wir diskutieren das ja gleich. 2 Milliarden Euro stellt das Land bereit. Und wir finanzieren die Kredite, die die Kommunen aufnehmen, 1 zu 1 gegen. Und das hat folgende Auswirkungen im Gegensatz zu dem, was der Kollege Lindner gesagt hat. Die Bonität der Kommunen steigt sogar noch an. Die Liquidität wird überhaupt nicht angefressen. Und auf beiden Seiten der Bilanz geht es einfach ein Stück größer. Aber 2 Milliarden Euro stehen bereit für gute Schule, für bessere Sportplätze und für bessere Sporterlangen. Das ist die Wahrheit, die zu diesem Programm zu sagen ist. Und das alles zeigt, wir regieren Hand in Hand mit den Kommunen. Wir kippen unsere Probleme nicht vor der Haustür der Städte ab. Wir haben die Fesseln gelöst, die Sie den Kommunen angelegt haben. Und das ist der große Unterschied zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb, liebe Kolleginnen und Kollegen. Große Unterschiede gibt es auch in der Verkehrspolitik. Mobilität interessiert die FDP ja nur, wenn es stinkt, laut und teuer ist und möglichst viel Platz wegnimmt. Wir Grüne bekennen uns dagegen zu einer effizienten, sozial- und umweltverträglichen Mobilität. Mobilität muss bezahlbar sein. Wir wollen die Verkehrsinfrastruktur sanieren und erhalten. Und vor allem im Bereich der Schiene- und Nahmobilität ausbauen. Der Substanzerhalt von 13.000 Kilometern Landesstraßen ist nach Meinung fast aller Fachleute, inklusive der angesprochenen Präsidentin des Rechnungshofes, inklusive des Rechnungshofes, dem zweifelhaften, teuren und verkehrspolitisch fragwürdigen Neubau vorzuziehen. Und deswegen haben wir auch den Etat für die Sanierung der Landesstraßen von 73 Millionen Euro auf mittlerweile 127 Millionen Euro angehoben. Und durch die Erhöhung der Regionalisierungsmittel setzen wir einen klaren regionalen Akzent für den Bezug der Schienenverkehrspolitik. Wir stocken die Mittel für die Nahmobilität um 1,5 Millionen Euro auf, damit wir die alltäglichen Hauptverkehre möglichst effizient abwickeln können. Und auch bei diesen Förderungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um die Gesundheit der Menschen. Denn Feinstaub und Stickoxide sind keine Kulturgüter, wie Herr Christian Lindner es meint. Nein, Feinstaub und Stickoxide stehen nicht unter Denkmalschutz, sondern sie sind krankheitserregende Stoffe. Deshalb gehören sie raus aus der Umwelt, raus aus der Luft, in die Menschen einatmen. Emissionsfreie Mobilität, das ist unsere Zukunft. Und deshalb setzen wir uns auch für Radwege in der Fläche ein. Ja, wir freuen uns, dass unser Premiumprojekt, der Radschnellweg Ruhr, auch von der SPD und von dem Bundesverkehrsminister jetzt als wichtiges Projekt anerkannt wird. Und wir danken dem RVR, dass er dieses Projekt gemeinsam mit dem Land, Dank an den Verkehrsminister, energisch vorantreibt, damit die Menschen künftig weiterhin mobil bleiben und nicht im Stau versauern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Politik zielt darauf ab, dass der Verkehr wieder fließt. Auch deshalb geben wir, ja, deswegen ist es auch schlau, noch mehr Straßen zu bauen, damit noch mehr Leute da im Stau stehen. Vielleicht ist das für Sie ja Pipifax-Politik, deswegen halte ich da noch mal kurz inne. Bei dem Radschnellweg Ruhr, selbst die FDP wird das mittlerweile anerkennen, geht es um eine Verlagerung der Fahrten von 40.000 Fahrten im Ruhrgebiet, die im alltäglichen Verkehr verlagert werden können. Deswegen ist es wichtig, diesen Radschnellweg Ruhr umzusetzen. Und es ist keine Müsli-Politik, sondern zukunftsfähige Verkehrspolitik, und die werden wir auch voransetzen. Unsere Politik zielt darauf ab, dass der Verkehr wieder fließt. Auch deshalb geben wir 6 Millionen Euro für den Ausbau von Radstraßen und Landesstraßen bereit. Und wir wollen über 2017 hinaus die Infrastruktur wieder in Ordnung bringen und zukunftsfähig machen. Auch beim öffentlichen Nahverkehr mit Förderkonzepten beim regionalen Ausbau und mit dem Ziel, das Ticket, wie erwartet, durch eine möglichst einheitliche Verkehrsgesellschaft zu beenden. Wir wollen smartes, intelligentes Reisen, wo man Ticketautomaten wieder bedienen kann, ohne vorher einen Volkshochschulkurs besuchen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kämpfen für Lärm- und Umweltschutz, um nachhaltige Lösungen und um möglichst hohe Akzeptanz. Und das ist kein Selbstzweck. Denn dies dient den Menschen in einer intakten Umwelt. Wer wegen Dreck und Lärm krank wird, der hat keine Akzeptanz für gestörte Nachtruhe in Einflugschneisen. Aber wenn Sie einen Sinn sehen, zum Beispiel beim Ausbau von Schiene und Windkraft, dann werden die Menschen auch schwierigen Planungsvorhaben zustimmen. Wir sind für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz. Wir wollen die Kompetenzen der Menschen einholen, Interessen abwägen, mit guten Argumenten überzeugen. Und genau damit sorgen wir für Akzeptanz. Das beste Beispiel dafür, wo man vielleicht besser früher auf die Menschen gehört hätte, ist das Beispiel Metro Rapid. Hätten wir nicht jahrelang über dieses systemfeindliche, unsinnige und überdimensionierte Projekt gestritten, dann wäre der ERX schon lange, im wahrsten Sinne des Wortes, heute auf der Schiene. Und es ist auch dem berechtigten Interesse der vielen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, dass die Atomkraft in Deutschland nicht mehr oder bald nicht mehr zum Energiemix gehört. Es ist ein Riesengewinn, meine Damen und Herren, wenn sich die Bevölkerung in Projekte einbringt. Kein Projekt, keine Idee darf im Ob und im Wie alternativlos sein. Dafür sind die Menschen in Deutschland viel zu klug. Und deswegen ist Transparenz und Bürgerbeteiligung wichtig. Und wenn der Herr Lindner das Durchgrünung nennt, bin ich stolz darauf, dass wir Bürgerbeteiligung mit Durchgrünung bezeichnen. Und genau deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir auch mehr Mittel für Bürgerbeteiligung, vielleicht ist es Ihnen entgangen, eingestellt, gemeinsam Rot und Grün. Und denn genau hier brauchen wir mehr Transparenz, mehr Dialog und die Chance, Ja oder auch Nein zu sagen und eben keine Busterpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Lindner, Herr Laschet, neben Benzin und Beton haben Sie ja noch einen dritten Stoff, aus dem Ihre Zukunftsträume sind. Kohle. Und da arbeiten Sie zum Teil mit Methoden, Herr Kollege Laschet, die ich schäbig finde. Wenn Sie nämlich Männer und Frauen, von denen manche seit Jahrzehnten gegen Braunkohle und den Erhalt ihrer Heimat kennen, mit denen zusammenkippen, die tatsächlich kriminell sind, finde ich das, ehrlich gesagt, schäbig. Und außerdem, alle seriösen Politikerinnen und Politiker wissen doch, wo die Zukunft des rheinischen Reviers liegt. In smarter Zukunft und eben nicht in der Braunkohle. Oder, Herr Laschet, wollen Sie künftig als Nico Rosberg mit einem kohlebetriebenen Ford Mustang über die Rennstrecke pesen? Nein, die Zukunft liegt woanders. Die Zukunft, Herr Kollege, liegt in Ausgründung aus der RWTH Aachen. Sie kennen es sicherlich selber sehr gut. Nehmen wir das Beispiel des Street Scooter. Es ist ein absolutes Zukunftssignal, wenn die Deutsche Post Ingenieure beauftragt, den lärm- und emissionsfreien Lieferwagen für die innerstädtische Zustellung zu entwickeln. Und es ist ein hoch alarmierendes Signal, Herr Kollege Laschet, wenn VW den Auftrag ablehnt, die Mobilität der Zukunft mitzuentwickeln. So werden wir nicht die Klimaziele erreichen, die auch Ihre Kanzlerin in Paris unterschrieben hat. Und jetzt kommt Ihr Einsatz, Herr Kollege Laschet. Wir Grünen drücken uns im Gegensatz zu Ihnen nicht davor, dies den Menschen in der Region auch zu sagen. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich weiß, wovon ich rede. Bei uns ging es um 600.000 Arbeitsplätze im Bergbau. Auch im rheinischen Revier werden wir dafür sorgen, dass niemand ins Bergfreie fällt. Aber wir müssen jetzt die Nachfolge organisieren. Viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus der Region sehen das ganz genauso. Denn Sie wissen, worum es geht. Die Rahmenbedingungen für die Arbeitsplätze von morgen müssen geschaffen werden, darum, den Übergang zu gestalten und nicht darum, diesen Übergang heute aufzuhalten. Auch Herr Lindner, wie eben schon wieder, redet ja von einer durchgrünten Gesellschaft, die angeblich Arbeitsplätze verhindert. Genauso wie Sie gegen die Mitbestimmung kämpfen, alles natürlich nur aus Sorge um Arbeitsplätze. Da kann ich Ihnen nur sagen, das EEG hat in Deutschland schon mehr als 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Selbst wenn nur einige ihrer feuchten Betonblütenträume für Nordrhein-Westfalen aufgingen und Sie das ganze Land zubetonieren würden, würde nicht einmal ein Bruchteil an Arbeitsplätzen geschaffen werden, wie das EFG es auf die Kette gekriegt hat. Sie haben in Nordrhein-Westfalen zwischen 2005 und 2010 einen Kampf gegen die Windmühlen gefochten und den Wachstumszweig der erneuerbaren Energien aus rein ideologischen Gründen bekämpft. Und die Änderung des EEG auf Bundesebene hat weitere wichtige Arbeitsplätze vernichtet. Ohne diese politischen Sperrfeuer wären wir heute um Zehntausende zukunftsfeste Industriearbeitsplätze weiter. Wir können die positive Entwicklung im Bereich der Umweltwirtschaft auch mit weiteren Zahlen hinterlegen. Nordrhein-Westfalen ist mit 320.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 70 Milliarden Euro führend und einer der größten Anbieter im Bereich der Umweltwirtschaft. Und wir wollen bis 2025 weitere 100.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich schaffen. Ja, wir haben viel erreicht. Wir haben als erstes Land ein Klimaschutzgesetz vorgelegt. Wir haben als erstes Land Fracking ausgeschlossen. Und wir werden dies auch mit dem Landesentwicklungsplan rechtssicher hinterlegen. Und wir haben den Tagebau Garzweiler verkleinert. 300 Millionen Tonnen bleiben in der Erde. Die wahren Vernichter von Energiearbeitsplätzen sind doch diejenigen, die die Energiewende blockieren. Atom ist Vergangenheit. Kohle ist absteigende Gegenwart. Und die Erneuerbaren sind die Zukunft. Hier liegt die Zukunft für unser wunderschönes Heimatland Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Ökologisierung ist die Digitalisierung die zweite große Innovationsschiene in der Welt von morgen. Beide zusammen liefern den Schlüssel für die Wirtschaft von morgen. Und als Landesregierung bringen wir auch beides zusammen. Wir setzen gezielt auf die Digitalisierung und investieren hier so viel wie noch nie zuvor. Mit der Bereitstellung der Landesmittel für die Kofinanzierung des Bundesprogramms und dem gleichzeitigen vollständigen Einsatz des Landesanteils an der digitalen Dividende 2 für den Breitbandausbau. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben eine Opposition, die meines Erachtens ihre Hausaufgaben heute hier nicht gemacht hat. Und die, die die Sachdebatte scheut. Das sieht man an der One-Man-Show von Herrn Lindner von der FDP. Sie kennen keine Sachdebatten mehr und auch keine Mitbewerber, sondern mit denen Sie diskutieren wollen. Sie kennen nur noch Feinde, die Sie wegputzen wollen. Sylvia Lehrmann muss weg. Hannelore Kraft muss weg. Klimaschutz muss weg. Mindestlohn muss weg. Angela Merkel hat den Kontinent ins Chaos gestürzt. Herr Kollege, das ist meines Erachtens eine sehr anmaßende Sprache für eine Partei, wo die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler 2013 gesagt hat, Sie müssen weg aus dem Deutschen Bundestag. Ich halte die Sätze, Herr Kollege Lindner, die Sie geliefert haben, ehrlich gesagt, für unterirdisches Niveau. Toni Hofreiter, mit ihm ist keine menschliche Kommunikation möglich. So viel, Herr Kollege Lindner, zu Ihrem Fairness-Abkommen für den Wahlkampf, das Sie gestern der Presse verkündet haben. Sachorientiert, Herr Kollege Lindner. Es ist sehr entlarvend, wie Sie sich hier heute verhalten, Herr Kollege Lindner. Sachorientiert ist eine solche Politik allerdings nicht. Und politisch klug ist sie auch nicht. In Sachen Diskursfähigkeit sind Ihnen in Ihrer Partei allerdings einige Kollegen weit voraus. Zum Beispiel Wolfgang Kubicki, mit dem durchaus ein menschliches Gespräch möglich ist und auch ein sachgerechtes Hinzu. Und Sie haben offensichtlich auch ein Problem damit, dass hier in Nordrhein-Westfalen zwei Frauen an der Spitze stehen und zwei sehr erfolgreiche mit Hannelore Kraft und Sylvia Lörmann noch dazu. Und beim Parlament und beim Verfassungsgericht ist das nicht anders. Ja, ich sage Ihnen, warum Sie damit offensichtlich ein Problem haben. Die FDP hat auf ihren Listen für den Landtag auf den ersten 24 Plätzen gerade mal drei Frauen und auf der Liste für den Bundestag eine Frau auf den ersten zwölf Plätzen. Das sind wahrhaft saudische Verhältnisse. Und da ist es auch nur konsequent, Herr Kollege Lindner, wenn die FDP Sturm läuft, gegen unsere Pläne die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frauen in der öffentlichen Verwaltung durchzusetzen. Wir werden jedenfalls nicht lockerlassen und diesen verfassungswidrigen Zustand beenden und die Gleichstellung gesetzmäßig wiederherzustellen, wie Professor Papier uns das vorgeschlagen hat. Kaum Frauen, kaum Frauen bei der FDP, aber dafür trotzdem eine Doppelspitze. Herr Lindner in Personalunion für Berlin und für Düsseldorf. Aber Herr Lindner muss ja auch wieder ganz schnell weg nach Berlin, wo die ganze Welt schon sehnsüchtig auf den Kollegen wartet. Und deswegen erlaube ich mir eine Frage heute an Sie. Können wir wirklich sicher sein, dass Sie nach der Bundestagswahl weg sind? Oder machen Sie den umgekehrten Röttgen mit Landtagsmandat als Rettungsschirm und Rückversicherung? Falls es nicht klappt mit Berlin, dann wenigstens doch vielleicht Düsseldorf? Danach sieht das nämlich aus, was Sie hier veranstalten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sylvia Lörmann ist eine der erfolgreichsten Schulministerin, die dieses Land gesehen hat. Sofort nach... Ja, vielleicht sollten Sie auch da die Sprache mal mäßigen, die Sie hier im Vorfeld angeschlagen haben. Sofort nach Ihrem Antritt hat Sylvia Lörmann die schlimmsten Fehlschüsse, die Sie und die CDU angerichtet haben, korrigiert. Sie hat das Vorziehen des Schuleintrittsalters gestoppt, die sinnlosen, pädagogisch fragwürdigen und bürokratieproduzierenden Kopfnoten abgeschafft. Und sie hat kleine Grundschulstandorte gesichert, insbesondere im ländlichen Raum. Kurze Wege für kurze Beine, das gilt auch weiterhin. Und Sylvia Lörmann hat dann auch dafür gesorgt, politische Grabenkriege zu beenden. Und da sage ich auch einen herzlichen Dank an die CDU, die eingesehen hat, dass man Schulstrukturdebatten von den Kindern her denkt und nicht von den Strukturen her. Vielen Dank, dass dieser Schulkonsens zustande gekommen ist. Und wir haben in diesem Bereich auch Geld in die Hand genommen, um in diesem zentralen Bereich voranzukommen. Wenn Sie sehen wollen, Herr Kollege Laschet, was politisches Hochschalten wirklich ist, hier sind die Zahlen. Seit dem Regierungswechsel 2010 haben wir den Haushalt für Schule und Weiterbildung um 3,9 Milliarden Euro aufgestockt. Das ist ein Aufwuchs von fast 30 Prozent. Und damit, und das ist jetzt wichtig, damit wurden 10.000 Stellen im System belastet, die sonst im demografischen Abbau zu Opfer gefallen werden. Und es sind weitere 7.300 Stellen bereitgestellt worden aufgrund der Zuwanderung, 4.500 davon für den Grundbedarf und 1.500 für Sprachschulen. Wir haben jetzt mehr Lehrerinnen und Lehrer, obwohl wir weniger Schülerinnen und Schüler haben. Das ist die Wahrheit für diesen Bereich. Und Herr Kollege Lindner, Sie haben mich als Haushälter geradezu rausgefordert mit diesem Schmieren Komödie mit den KW-Vermerken. Diese Landesregierung hat als erste Landesregierung in Deutschland reagiert, als die Zuwanderung so deutlich zugenommen hat. Wir haben als erstes Bundesland zusätzliche Lehrerinnen und Lehrerstellen bereitgestellt. Ich habe die Zahlen eben genannt. Und wenn wir jetzt diese Stellen zunächst mit einem KW-Vermerk versehen, dann ist das vorausschauende Politik und kein Versprechen auf die Zukunft. Und wenn die Zuwanderung so bleibt, wie sie ist, werden wir diese KW-Vermerke auch wegnehmen. Aber ins Blaue hinaus die Lehrerinnenzahlen nach oben zu schieben und so zu tun, als wenn diese Zuwanderung immer anhält, das ist unseriös. Und Sie wollten mit dieser unseriösen Spielerei davon ablenken, dass Sie in diesem Bereich nichts zu bieten haben, Herr Kollege. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen weiteren Bereich der Schulpolitik, wo Sie eben auch das Thema von den Füßen auf den Kopf gestellt haben, muss man ja sagen. Wir haben in diesem Bereich noch eine Menge vor. Von den Kindern her denken, das heißt für uns, individuelle Lernzeiten ermöglichen, denn jedes Kind braucht seine Zeit. Statt Strukturdebatten zu führen zwischen G8 und G9 und die Frage der Schulentwicklung gegen Konzepte auszuspielen, sollten wir lieber von den Kindern her denken und nicht vom Gymnasium her, wie es die FDP tut. Bei unserem Modell ist es doch so, dass an jeder Schule G8 und G9 möglich ist und möglicherweise sogar G7 oder G10. Wir schieben die Schulen auch nicht im Konkurrenzkampf untereinander, wie das CDU und FDP tun wollen, wenn sie ständig zwischen G8 und G9 im Komplettsystem entscheiden sollen. Und ich sage Ihnen mal, was das für die Schullandschaft bedeuten würde. Das würde bedeuten, dass, wenn Sie von Oberhausen nach Münster ziehen, die Schule nicht mehr wechseln können. Sie könnten sogar in der gleichen Stadt das Gymnasium nicht mehr wechseln, wenn Ihre Schulpolitik umgesetzt werden würde. Sie wollen deutschlandweit Bildungssysteme vereinheitlichen, in Nordrhein-Westfalen aber neue Hürden aufbrauchen. Das ist doch der größte Widerspruch, den Sie bildungspolitisch überhaupt produzieren können. Und bei uns gilt maximale Flexibilität. Wir halten durch diese Form der Durchlässigkeit das Aufstiegsversprechen für alle Kinder wieder ein. Man kann von jeder Schulform in die andere wechseln. Und bei uns sollen alle Talente genutzt werden und eben nicht in Strukturdebatten aufgerieben. So geht Schule heute. Moderne Schule. Damit ist Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg in diesem schönen Bundesland. Wir haben vorhin zwei Reden gehört von Lindner und Laschet mit einem Tenor. Nordrhein-Westfalen steht am Abgrund. Von Paderborn bis Aachen nichts als Niedergang und Krise und angeblich verursacht durch Rot-Grün. Und es braucht die zwei von der Tankstelle, Laschet und Lindner, mit viel Benzin im Blut, wobei Herr Lindner ja gleich nach Berlin weiterfährt. Und wir brauchen angeblich diese Hochschalt- und Entfesselungspolitik. Geben Sie doch zu, dass hinter 95 Prozent Ihrer Rhetorik nichts anderes als knallharte Interessenpolitik steht. Sie sagen Entbürokratisierung. In Wirklichkeit meinen Sie Abstriche bei der Mitbestimmung. Sie sagen Entfesselung der Märkte und meinen tatsächlich sozialer Bau- und Ökodumping. Eigentlich wollen Sie doch sagen Schluss mit Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Klimaschutzpolitik. Aber das klingt nicht so gut. Doch glauben Sie mir, Sie können Rot-Weiß-Essen den Menschen nicht als Real Madrid verkaufen. Die Menschen sind nicht so blöd. Die erkennen das. Und ich bin mir auch ganz sicher, die Wählerinnen und Wähler werden am 14. Mai nächsten Jahres keine Koalition privat vor Staat wieder auferstehen lassen. Da stehen wir ganz klar vor. Und die düsteren Prognosen, die Sie hier abgeben, entsprechen auch nicht den Fakten. Und im Übrigen entsprechen sie auch nicht dem Gefühl, das die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben. Nordrhein-Westfalen tickt sozial und ökologisch. Und das ist auch gut so. Und das bleibt auch so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Haushalt 2017 werden starke Zukunftssignale gesendet. Wir setzen klare Schwerpunkte für Modernisierung und den ökologischen und sozialen Umbau unseres Industrielandes. Für zukunftsfähige Arbeitsplätze, beste Bildung und für einen anspruchsvollen Umwelt- und Klimaschutz. Wir stärken die Infrastruktur, insbesondere auch durch das Programm Gute Schule 2020, unterstützen die Städte und Gemeinden nach Kräften. Dieser Haushalt, Herr Kollege, setzt ein klares Signal für ein solidarisches, weltoffenes Nordrhein-Westfalen, in dem es sich lohnt zu leben. Und er setzt ein Signal für einen weiteren intelligenten, digitalen und ökologischen Aufbruch ins nächste Jahrzehnt. Und da schließe ich mich an das an, was der Kollege Römer vorhin gesagt hat. Auch ich freue mich auf den Juni 2017, wo wir als rot-grüne Koalition wieder die Regierung stellen werden. Und deswegen bitte ich Sie, diesem Haushalt zuzustimmen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Moskow-Fizadeh. Für die Piratenfraktion erteile ich Herrn Kollegen Marsch in Gefahr.